Hans, schau in die Luft. Hans ist ein Name, ja? Ein Name wie Olaf oder Isabella oder Ava, ja? Das ist ein Name. Schau, schau, in die Luft, die Luft, Luft, ja? Hans, schau in die Luft, in die Luft, oben. Hans, schau in die Luft. Okay. Es war einmal ein Junge. Es war einmal ein Junge, nicht ein Mädchen. Es war ein Junge. Der Junge hieß, der Junge hieß Hans. Der Junge hieß Hans. Hans war ein Junge und er schaute immer, 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 immer in die Luft. Er schaute nicht, er schaute nicht, er schaute nicht auf den Fußboden. Nein. Er schaute immer in die Luft. Er sah, er sah die Vögel, die Vögel. Er sah, er sah die Vögel. Und er sah die Vögel. Und er sah die Vögel. Ja, vom Haus. Ein Haus hat ein Dach. Ja? Er sah die Wolken, die Dächer, die Vögel. Aber er sah den Fußboden nicht. Er sah, er sah nicht was vor den Füßen war. Hier ist die Füße. Hier. Das sah er nicht. Er schaute nicht auf den Füßboden. Er schaute immer in die Luft. Er schaute in den Himmel. Himmel ist das. Er schaute in den Himmel, nicht auf den Füßboden. Die Leute, die Menschen, die Leute, die Leute sahen Hans und sagten, schau! Da kommt Hans, schau in die Luft. Die Leute sagten, Hans' Name ist Hans, schau in die Luft. Hans schau in die Luft. Denn Hans schaute immer in die Luft, nicht auf den Füßboden. Da rannte schnell ein Hund. Ein Hund rannte. Wie sieht das aus? Nicht so gut. Okay. Der Hund rannte schnell. Der Hund rannte schnell und Hans schaute in den Himmel. Der Hund rannte nicht im Himmel. Der Hund rannte auf den Füßboden. Und Hans sah den Hund nicht. Und Hans ging lalalalalalalala. Und Hans! Ah! 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 Hans fiel über den Hund, Hans fiel über den Hund auf den Fußboden. Au, Hans Kopf tut weh, Autsch und der Hund fiel auf den Fußboden und der Hund war sauer. Und der Hund und Hans lagen, lagen auf dem Fußboden. Eines Tages ging Hans mit einem Heft, Hans hatte ein Heft für die Schule, ein Heft. Ein Heft, du schreibst in ein Heft, ja, Notebook. Hans ging mit einem Heft unter dem Arm und ging und er schaute in die Luft. Er schaute in den Himmel und er schaute und er sah, es gab einen Fluss. Und Hans ging, schaute in den Himmel und ging auf den Fluss zu und er sah den Fluss nicht. Und im Fluss waren drei, drei, noch einer. Sie schauen hoch. Fische. Im Fluss waren drei Fische und die Fische sahen Hans. Und die Fische dachten, was macht der Junge? Der Junge schaut in den Himmel. Hier ist ein Fluss. Hier ist Wasser. Ist er verrückt? Und der Junge sah die Fische nicht. Hans ging und ging und hier ist Hans. Hans ging mit dem Heft unter dem Arm und er ging in den Fluss. Und Hans fiel mit dem Kopf zuerst in den Fluss. Hier ist der Hans. Schaut. Oh nein. Da ist Hans. Mit dem Kopf im Fluss. Hans fiel mit dem Kopf in den Fluss. Und die Fische erschraken. Ganz gern. Die frische, die Fische erschraken. Ah! Und die Fische schwammen weg. Die Fische schwammen weg. Ja? Oder so. Die Fische schwammen weg. Hans war mit dem Kopf im Wasser. Und das Heft. Das Heft war auch im Wasser. Hier ist das Heft. Oh je. Da ist ein Heft. Oh nein. Nein. Aber Hans hatte Glück. Glücklich. Hans hatte Glück. Denn es gab zwei Männer. Und die Männer. Hier sind die Männer. Achtung. Die Männer. Aber sie sind nicht so. Die Männer. San. Hans. Hier. Zwei Männer. Das ist ein Mann. Hier ist noch ein Mann. Brrrr. Die Männer. Sahen. Und die Männer. Die Männer. Die Männer. Heften Hans hoch. Aus dem Wasser. Die Männer. Fischten Hans. Aus dem Wasser. Und stellten Hans. Auf den Fußboden. Hans. Stand am Fluss. Hans. Wo ist Hans? So. Hans ist traurig. Hans ist so traurig. Oh nein. Hans ist traurig. Hans weint. Er ist traurig. Und er ist nass. Er ist nass. Ihhh. So nass. Wasser. Wet. Er ist nass. Alles ist nass. Er ist nass und kalt und traurig und er steht und die Fische im Wasser, da kommen sie aus dem Wasser. Das ist keine Ente. Ich weiß, da die Fische lachten und lachten und lachten und Hans Heft, Hans Heft, Hans Heft, Hans Heft, Hans Heft. Hans Heft war auf dem Boden im Fluss. Hans Heft war weg. Hans war traurig und nass und kalt und die Fische lachten und lachten und lachten und lachten und lachten. Und Ende. Das ist das Ende. Ja. 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 Ja.